ach komm schon ist doch beschiss muss man nicht erst den krug drunter stellen und dann nein 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 man messer dann steckt das ding drin dann steht man dann geht man raus überlebt zwei runden und kriegt den krug vielleicht braucht man jetzt erst den krug oder so ich weiß es nicht nein irgendwas verändert haben irgendwas verändert aber es gibt keinen guide dazu das kommt auch häufiger vor haben wir es schon aufgehoben das teil ja ja ich hab's im inventar siehst du ja 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 uns fehlt nur noch der krug haben alle schädel alle schild dinge ja uns fehlt noch der krug aber den krug kriegt man ja erst braucht halt noch einen axt werfer und dann müssen wenn die happy sind ja gut dann beenden wir halt jetzt mal die welle und schauen mal was passiert doch der rote streifen da ist die kiste oder ja immer da wo der streifen ist jetzt insta bill das ist nicht so gut insta kill mit dem scorpion irgendwie affig dass eistombies immun sind gegen flammen kommt mal her ihr kleinen früchtchen sammelt euch mal um den letzten augen hier drüben das ist eigentlich das einfachste überhaupt aber es gibt anscheinend was haben wir denn geändert ich schau mir jetzt gerade hier nebenbei an der geht dann da runter zum baum messer das loch eigentlich haben sie wahrscheinlich nichts geändert aber es geht irgendwie nicht ja und dann ist der zapfen dran jetzt kommen axtkrieger ne ok da musst du mir gleich mal so welchen bisschen mit dem scorpion festsetzen am besten so hier hast du ihn ja was fehlt jetzt noch ich weiß nicht mein schwert leuchtet auf jeden fall jetzt ja meins leuchtet auch nach wenigstens ein erfolg heute vielleicht sollte ich lernen nächste zu werfen gibt es da unten noch ein loch gibt es ein plan b loch ich meine was ist jetzt wie soll ich denn jetzt auch auf den nächsten step kommen ich weiß es nicht wir haben den im inventar den zapfen ich geh das nochmal rein bleibt aber auch nirgendwo drin ich drücke auch die taste ich drücke alles mhm jetzt muss ich erstmal gucken wo wo denn das teil sein könnte wenn es denn da wäre irgendwo müsste hier irgendwie eine statu sein die das festhält das weiß ich aber nicht ist es hier in dem man weiß ja auch immer nicht wo man hier genau ist die typen gehen mir gerade ganz schön auf die nüsse könnte ja überall eine statu sein hier geht mir auf die nüsse man bin ich jetzt schon einmal rum ich glaube schon das war doch hier alter ist der bulle so stark ich hab ja easy die zwei dicken weggeschnetzelt mit dem bullen mit dem bull ne ja der alte bulle man ich will doch nur ein skorpion für dich zaubern aber wir haben den zapfen hä ich suche dieses immer dieses rum gesuche ne ja ja ok warte ich geh nochmal man ich das das kotzt mich echt an dass sie die easter eggs irgendwie dauernd verändern ja das finde ich auch ein bisschen lame also anstatt irgendwie die fehler aus dem spiel raus zu patchen kümmern sie sich um so einen scheiß ja aber warum ich meine jetzt haben sie beim töffel einfach noch diesen dämlichen step reingemacht dass man den turm zerstören muss ich meine optisch sieht es ja auch ganz nett aus ja ja aber braucht keiner eigentlich ja es ist irgendwie unnötig es ist irgendwie unnötig man denkt sich so warum weißt du warum ja vielleicht muss ich jetzt auch zweimal die gunst hintereinander haben ich würde es mal ausprobieren ja insta kill insta kill insta kill insta kill der gute alte insta mjolk das waren noch zeiten würdest du dir so einen löwen mjolk rein mjolken ich hab mich geblendet ich bin blind alter wie viele elementen zombies sind denn hier alter bin ich gelevelt da bin ich gelevelt gelevelt der mann ist gelevelt gelevelt ich suche hier zwei so statuen was für statuen ja irgendwo hier unten im gang müsste so oh mein gott hab ich mich erschrocken leck mich am arzt was ist denn da los alter mich springt grad der hund an ja komm mal her wow wow jetzt haben wir auch noch hund jetzt haben wir auch noch hund boah ha 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 wenn man denkt man ist allein zu haus auf einmal sprintet der hund in die hose boah bin ich hier erschrocken mir ist richtig schlecht ha 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 ich hab fast gekotzt ich hab fast gekotzt ich hab fast gekotzt es gibt's doch nicht hier muss doch irgendwo diese warum rennt denn der tiger rennt einfach an mir vorbei kurze hundepause ich glaub hier müsste es eigentlich sein aber es ist nicht da das teil ist noch nicht da ok man heute ist wieder chaotisch ach ja so ist das manchmal was von sergey oh hä der krug ist runter gekommen der krug ist gekommen einfach so auf einmal kam der krug runter ich sag ja vielleicht boston jetzt zuerst damit das geht hä hab ich ja ja ne läuft ne ok die haben das komplett verändert jetzt ist es drin man muss auch nicht mehr messern sondern man kann es einfach reinstecken dann haha heftig 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 oh Pest daddy brauchen wir den für irgendwas nö eigentlich nicht glaube ich er schwebt in der luft du kannst jetzt auf ihn drauf schießen alter hast du schon jetzt das abgegradete Schild ne ne äh äh mir ist nicht ganz bewusst warum dieser Step jetzt nicht funktioniert alter warum werde ich jetzt hier so bedrängt ja weil der Pestvater da ist lebt der noch ja der lebt noch und der wütet müsst ihm erstmal hinten seinen Buckel runterschießen Bonuspunkte oh man oh oh mein Schild ist kaputt wenn ich eigentlich das Schild kaputt kriege ich dann das abgegradete Schild wieder das weiß ich nicht weil dann muss ich mir schnell nochmal eins holen unten ich muss allgemein mir mal auch ne gescheite Waffe noch holen da leckt der einfach an mir hier da schwebt er Schreiner 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 der fliegt der hat da vorne Demunition gelassen ne der hat leider nur ne äh äh ne hier nukleärer äh ne ja Nuke warte ich hol mir mal ein Messerchen und ein Schildchen hab mir einfach mal ein Bowie Knife gegönnt ich meine oh Bowie man lebt hier nur einmal ne David ne ist auch immer dabei Dodo warte mal mein 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 Schwert leuchtet nicht mehr rot ja meinst du mir auch nicht ich glaube wir müssen ich glaube ich muss das man muss das glaube ich irgendwie in einer Runde hinkriegen oder so oder 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 man muss sie im Skorpion Modus ich weiß nicht ob man sie im Skorpion Modus messern muss das weiß ich jetzt nicht genau das konnte ich ey ich krieg meinen Skorpion gerade nicht mehr aus dem Punch Was ist denn jetzt eigentlich unten mit der Safthube? sind wir da nicht schon fertig? kann ich da nicht schon mir auch einen holen oder was? äh ja stimmt ja der Saft stimmt ja wir haben ja noch ne da müssen wir die Runde beenden ich glaub ein zwei Runden müssen wir da machen der ist noch nicht ist noch nicht leer da ist noch nicht alles drin das weiß man nicht manchmal saftet es ja dann doch irgendwie ne ne es dauert noch erst wenn das da aufgehört hat da ist noch nichts drin man muss erst die Runde hier beenden hm let it go let it go macht die jetzt tot und da sind sie weg Alter die Menge liebt mich ne ich krieg dauernd Geschenke der sich uns bietet ganz gleich natürlich er sein wird die Menge liebt mich Achtung sparen wir Punkte irgendwie dauern hier die Runden deutlich länger als auf ähm Dingen auf Alcatraz ne hier drehen sich die Uhren anders halt noch ne andere Zeit what what ich komm hier nicht raus ich komm hier nicht raus ich hab mich voll eingeengt die Schweine Alter so jetzt erstmal weg mit euch ey hasse die Arena wenn Flammen da sind das ist so ekelhaft ey warte mal hier kann ich doch versuchen auf der Meinung dass ich die doppelte Punktzahl oh fuck ich bin so gut wie down oh mein Gott Alter ja klar der Tiger er ist mal wieder immun dass diese diese Hunde Tiger immer immun gegen Super Waffen sind ja der Tiger der Tiger der Tiger der Tiger ja jo alter toll jetzt habe ich die Gunst die Liebe verloren Jetzt habe ich Gunst und Liebe verloren So ein Mist Irgendwie hat es immer noch nicht geklappt Warte, ich wurde gerade angesprungen Oh nein Oh nein Ich kann mich selbst wiederbeleben Sorry, ist gerade chaotisch Der Hund hat den ganzen Spielfluss zerlegt Ich bin voll gesappert auch Warum sind hier überall die Leute? Willst du mich holen oder soll ich mich selbst wiederbeleben? Oh, ich glaube holen ist ein bisschen hart, ne? Warte, ich versuch's trotzdem mal Ja, du schaffst, du schaffst, du hast ja ein Schild hinten Okay, ähm, normalerweise müsste jetzt unten schon Ding sein Ähm, das Gefäß Also normalerweise müsstest du jetzt eine Skorpion machen können Geh mal runter und guck mal wie es dem Krug geht Ist voll Ist voll Wo ist die Truhe? Weißt du, wo die Truhe ist? Äh, über uns glaube ich Ich glaube oben hier Wow, wow, wow Wow, 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 wow Die zwei Freunde hier, ne? Die wollen uns ans Leder Achso, kann ich den jetzt da rausnehmen dann, wenn du das da reinkippst? Ähm, jaja, ich glaube schon Keinen Applaus Werft einfach mit Insta-Kills Aber wo ist die Truhe? Ah, ne, nebenan Einen weiter, glaube ich Irgendwo War sie hier? Ja, hier Keinen Applaus Werft einfach mit Insta-Kills Und, passiert da was? Es müsste doch grün leuchten Hab ich jetzt getruht? Ja, normalerweise leuchtet es grün Ist einfach nur getruht Aber wir haben den Juice Muss jetzt vielleicht unten in die Truhe gemacht werden In eine bestimmte Truhe Glaub eigentlich nicht Eigentlich hier an die Seite Sicher, dass du es eingesammelt hast? Jaja, guck doch ins Inventar Dann siehst du es doch Ja, stimmt Jetzt Es leuchtet, es leuchtet Ich geh mal ran und rufe Jo Alistair Rhodes Er will, dass wir das Ritual beenden Ich glaube, wir müssen alle irgendwie auf einen Haufen kriegen Das wird nahezu unmöglich Kann doch nicht sein Hat doch schon geleuchtet Hat es doch schon die Liebe Ich hatte sie schon, die Liebe Aber irgendwie kommt sie nicht zurück Zu mir Klingt auch wie so ein Schlager Oh nein Warte, 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 warte Und durch Wie ist denn das jetzt passiert? Wo bist du denn? Unten im Tempel am Pack-A-Punch Ach nö Da liegt aber noch ein Special rum Der blinkt aber gerade schon Was liegt denn da? Robb doch rein Im Nullfall kann es sich selbst wieder beleben Ich versuche runterzukommen Warte, ich versuch's Ich hab nämlich auch keine Fähigkeit im Moment Ja, die hätte hier gelegen gerade Aber es war zu sch... Ach nö, da kommen... Ne, 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 ne Da kommen sauviele Dudes Beleben sie sich selbst Witze Ja, ich muss hier noch einen kurzen Augenblick warten Boah, ne, da hab ich keine Chance Da kamen so viele mir entgegen eben Auch Champions und alles Freunde der Nacht Hast du in der Arena nach oben gesucht? Bist du wieder da, ne? Ja, 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 ja Alles gut Willst du nur mein Schild gerade wiederholen? Oh, ich will doch nur Überleben Die Hitchcock Kann man die nicht auch irgendwo an der Wand kaufen? So ne Bandwaffe, oder? Eigentlich schon, ne? Ich brauch langsam mal wieder Musste langsam mal punchen gehen Ich hab nämlich Nur einen kleinen Spritzerli Löwenjolk noch Oh Gott, das ist schade Alter, aber die Menge jubelt Ja, Kies ist der Beste Dankeschön Wir lieben dich Dankeschön Elefantencode ist die höchste Anerkennung, ne Die man damals bekommen konnte Ich glaub schon, ja Okay, ist da unten Wenn da noch viel los war Dann geh ich jetzt mal runter punchen Ich hab eigentlich Hab ich jetzt alle gekillt, ne? Ich hatte Axtwerfer Oder darf man nur die drei killen? Ist das auch wie in diesem komischen Anderen Minigame? Scheiß da Naja, meine Klinge leuchtet nicht Hast du nicht noch die Schädel aktiviert Und so einen komischen Schmuh? Ja, die Schädel hab ich aktiviert Das war auch das Einfachste Ja, und dann musst du doch irgendwie Diese Teile dann am Ende runterschießen Ne? Die hängen doch dann da irgendwie So als Geisterteil Ja, ja genau Ektroplasma geschleimt Das hab ich ja gemacht Das erste Teil hab ich ja runter Hier haben wir einen Axtwerfer Schweine Schweine Ja Nein Das muss ich schnell wieder hier hoch Weil hier unten im Tempel zu kämpfen Das ist immer mies Ich hasse den Tempel Das ist die schlimmste Ecke Tempel ist kacke, ey Weil die da auch aus jeder Ritze kriechen Ja, weil die Wirklich Die kommen überall Rausgekrochen Tempel ist grausam Indiana Jones Und der Tempel Das schleckerns Aber ich hab auch die Gunst, ne? Ja, aber du nutzt sie nie Du hast nur so die halbe Liebe der Menge Aber du brauchst die vollwertige Liebe der Menge Ba, Babossa Babossa? Ey, Moment mal Hab ich jetzt hier so einen doppelgedötelten Punch Weil ich hab hier einen Feule Aber irgendwie Brennt's auch Hä? Siehst du das? Hä? Ich hab irgendwie hier einen Feule Und Feuer Upgrade Was? Ja Glitchy? Keine Ahnung Glitch Feule Glitch Feule, Alter So ein Phänomen So ein Phänomen Hab ich schon mal von gehört Da liegt Special Wenn du Special brauchst Warte, lass liegen Dann mach ich hier noch ein paar Krüppli Und wie findest du den Skorpion? Hab ich doch schon Der ist jetzt nichts Neues, ne? Der ist auf jeden Fall sehr nützlich, ne? Weil du halt die Crowd immer komplett ausdünnen kannst, ne? Wenn man jetzt dann nicht so wichtig einfach in die Ränge rennt Ja, das ist auf jeden Fall Diese Waffen sind super wichtig Ähm, hier ist ein Pestforder Der Pestforder Ich komm hier nicht weg Ich komm nicht weg Oh nein Oh Gott Rennen Hast du eine Fähigkeit? Ja, aber Oh, aber ich steck hier einfach Trotz Fähigkeit Lutschen die einfach Wohl mich nicht Das schaffst du nicht Überlebe Ich lieg hier neben dir Hi Achso Hi Dann schauen wir erstmal Wo die hinwollen Gehen halt natürlich direkt auf mir drauf Was ja unschön ist Wenn ich mich gleich wiederbeleben sollte Soll ich auf Nummer sicher spielen Und rennen? Alles klar Ich spiel auf Nummer sicher Wo kommen hier auf einmal alle her? Warte, dass hier aber Auch alle hier so bei dir sind Stumago So Schlomo Achtung Hier ist noch so ein Ähm Axtmeister 4000 Ne, wir brauchen eigentlich einen Axtwerfer Einen normalen Typen Ich weiß gar nicht Wo ist denn der Pestvater? Ist der noch da? Ne, der ist weg Ja, ich hab jetzt hier einen Axtmaster getötet Mit meinem Ja Unverfrorenen Bullen Mein Schwert brennt auch eigentlich Mit dem Krusty Bull Keine Ahnung was fehlt Vielleicht fehlt da noch ein Pestvater oder so Ich weiß das nicht Hä? Okay, der war schon weg Ja, ein Pestvater? Echt jetzt? Aber ich glaub nicht Dass man den Pestvater auch noch, oder? Alter, ich bekomme hier so viele Power Sails Aber normalerweise müsste An einer von diesen Statuen Oder Ich hab Ich seh keine anderen Statuen mehr Deswegen weiß ich nicht Ob's Ob's stimmt Was ich da grad erzähl Ich hab keine Ahnung Du bist der Meister Aber ich kenne Ich seh ja keine anderen Ich mein ab einer gewissen Runde Ist das doch eigentlich auch gar nicht mehr so So schwierig So schwierig alles zu finden Ja, also alle auf einen Haufen zu kriegen Ja klar, aber Du kriegst mal von der Seite Dann auch noch überleben Während du mit denen dann irgendwie rumtanzt Im Nahkampf Ja gut Deswegen ja Skorpionen Dabei haben Dann können die eh nix machen Oh, da ist Munition Oh, da ist ein Schildi Schildi Max Zagan Alter, aber die bedrängen mich hier ganz gut Also was haben sie hier drauf In Welle 20 Ja Max Zagan Schild Noch eine Komm weg Feuer Weg Feuer Leck mich, ey Das Feuer ist so ätzend nervig Feuer ist mega nervig, ja Alter Hier ein Feul ist irgendwie geil Ich steh voll drauf Na gut, das kennen die meisten ja, ne Von zu Hause Mein Kind hat hier einen Feuler Okay, da ist ja jetzt alles Schildmann Ein T-Shirt Das ist ja da volles Programm Ja, ich würde es gerne mal hier Ein bisschen so machen Oh, ich hab hier maximale Munition Als, als Notfalls-Loot Ja, mein, mein Ja, es leuchtet hier ein Kristall Da oben Zwei Zwei Kristalle leuchten Ja, aber wo Wozu sind die Kristalle? Ja, keine Ahnung Vielleicht muss ich jetzt irgendwie noch Doppeltieger Oder sowas Weißt du? Doppeltieger Doppeltieger Jetzt ist eh wieder irgendeine Spezialrunde Die schmeißen mir dauernd Sales hin Ja, T-Shirt 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 Vielen Dank.